Hallo, grüß euch. In dem Video geht es um eine kurze Erklärung vom QGIS, was das ist und wie es im Groben funktioniert und was anders ist als im ArcMap. Also, QGIS ist ein Open-Source-Programm. Wenn ihr im Internet danach sucht, kommt ihr eh gleich zu deren Website, die so ausschaut. Warum verwendet man dieses QGIS als Alternative zum ArcGIS? Es ist erstens gratis, weil ArcGIS ist ja extrem teuer. Als Student hat man es ja einfach, weil da kriegt man es gratis von der BOKO. Also die BOKO hat ja so Studentenlizenzen. Im echten Leben dann wird es ein bisschen schwieriger, weil privat ist es sowieso schwer leistbar und auch als kleine Firma zum Beispiel ist es auch nicht so einfach. Weil das Ding, man findet nicht einmal offizielle Preise online, man zahlt ja jährlich echt Tausende, ich glaube 10.000 Euro oder so, also wirklich viel Geld, damit man dieses ArcGIS verwenden kann. Also deswegen ist natürlich das Geld ein Grund, warum man lieber QGIS verwenden möchte. Und das Ding kann auch schon sehr vieles und teilweise mehr wie ArcGIS. Manche Sachen natürlich nicht so gut. Da geht es ja dann um einzelne Programme und so, also einzelne Tools sozusagen. Aber im Groben, für normale GIS-Aufgaben kann man fast alles in QGIS auch machen. Ein zweiter Grund wäre natürlich die Plattformunabhängigkeit, weil QGIS läuft auf Windows, macOS und Linux überall, ganz also gleichwertig sozusagen. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man zum Beispiel Mac hat oder eine Linux-Maschine. Und dritter Grund wäre natürlich Moral, weil QGIS ein Open-Source-Programm ist. Das heißt, es wird von einer Community entwickelt und betreut und der Code und alles, was quasi da produziert wird, ist frei für alle Menschen verfügbar. Und das ist eigentlich eine unterstützenswerte Sache generell im Thema Software, dass dieses Wissen allen zur Verfügung steht. Gut, also warum auch immer man sich für QGIS entscheidet, man landet auf deren Website und will es sich herunterladen. Also man kann ein bisschen stöbern, es gibt Infos darüber und wenn man es herunterladen will, meistens gibt es da unten eh irgendwie so einen Link. Da klickt man drauf mit jetzt herunterladen und dann kommt man eben gleich mit so den unterschiedlichen Plattformen. Ihr seht es da Windows, Mac, Linux. Ich habe gerade Windows laufen, das heißt, ich schaue da rein. Und ja, man muss jetzt schon sagen, in manchen Kleinigkeiten ist es nicht ganz so benutzerfreundlich wie es ArcGIS. Andererseits oft wieder viel mehr benutzerfreundlich, weil ArcGIS-Installation ist ja auch nicht unbedingt einfach. Auf jeden Fall muss man trotzdem ein bisschen wissen, was man will. Es fängt eben hier schon an bei den Downloads. Dass ich Windows wähle, ist klar. Und dann mache ich jetzt das oder mache ich das oder mache ich das dritte. Ich meine, 32 und 64-Bit sollte klar sein. Jeder sollte wissen, ob er einen 32 oder 64-Bit-Computer hat. Wenn nicht, schaut es in den Systemeigenschaften nach. Und hier gibt es eben so eine Netzwerk-Installation, die ist ein bisschen erweitert. Da kann man ein bisschen mehr einstellen. Das braucht man im Normalfall nicht. Wenn man einfach mal QGIS ausprobieren mag, dann geht man nämlich da runter und nimmt diese Standalone-Installationen. Jetzt ist die Frage, wollen wir die Version 3.14 oder die Version 3.10? Der Unterschied ist nur, es gibt hier oben immer die neueste Version, die herausgebracht worden ist. Die hat die meisten Features. Da ist alles, was gerade neu entwickelt wurde, ist da drinnen. Hat natürlich den Nachteil, es kann sein, dass manche Sachen nicht ganz so stabil laufen. Deswegen machen die regelmäßig so Long-Time-Release-Versionen, also so eine langfristige Version, wo man weiß, die läuft quasi stabil, die ist verlässlich. Und momentan ist das die Version 3.10. Also wenn ihr einfach nur damit arbeiten wollt und jetzt nicht wichtig ist, dass ihr immer das Neueste von Features habt, dann kann man durchaus empfehlen, die 3.10er in dem Fall jetzt zu verwenden. Weil da ist auch am meisten Doku, also online dafür und so weiter. Also ist einfach empfehlenswert, weil das ein bisschen stabiler läuft. Wobei ich persönlich habe noch nie viele Probleme mit den neuesten Versionen auch gehabt. Also naja, wofür auch immer man sich entscheidet, man klickt dann drauf, lädt das runter, man kriegt dann eine ganz normale Setup-Datei. Die installiert man ganz normal wie jedes andere Programm und dann bekommt man eben das Kugis. Und ich mache das jetzt mal auf. Es lädt. Und ihr werdet sehen, im Groben ist es jetzt nicht so viel anders wie das Akis. Man kann quasi mindestens genauso viel machen im Wesentlichen. Es schaut halt teilweise ein bisschen anders aus. Das heißt, es ist ein bisschen ungewohnt. Und an dem Punkt mag ich euch auch gleich empfehlen, lernt euch selbst zu helfen. Lernt, wie ihr im Internet nach Lösungen sucht für eure Probleme. Es ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man mehr am Computer arbeitet, mit ein bisschen komplizierteren Programmen. Es ist genauso wichtig bei Akis, das ist super dokumentiert, aber eben auch bei Kugis. Da ist auch eigentlich alles super dokumentiert. Die ganzen Plugins, die noch dafür zur Verfügung stehen, die haben meistens auch eine gute Doku. Also lernt euch selbst zu helfen. Nur so lernt man Programme, indem man einfach ausprobiert und bei Fragen im Internet nachschaut. Und es wird einem nicht alles so in Videoform immer vorgebetet, sondern lernt es ein bisschen, selbst euch zurechtzufinden. Wieder macht es ein. Wir haben jetzt das Kugis offen. Ein Unterschied ist schon mal, es gibt beim Kugis-Programm eigentlich nur ein Programm, das man aufmacht. Also nicht wie bei Akis ein Catalog und ein Map-Programm, sondern es gibt einfach nur dieses Hauptfenster. Und im Groben ist es jetzt nicht so viel anders wie das Akis. Wir haben ein normales Fenster, wir haben Menüleisten, wir haben Toolbars, die halt auch anders ausschauen, aber es sind trotzdem Toolbars. Hier kommt dann später unsere Datenansicht. Da sind jetzt, wenn wir nichts offen haben, zeigt er mir halt die letzten Projekte. Und links haben wir unsere Layers, also das ist der Table of Contents im Akis. Hier ist das einfach das Layer-Fenster. Was hier standardmäßig auch immer da ist, was das Akis nicht standardmäßig immer hat, ist hier dieser Browser. Und der Browser ist mehr oder weniger der Arc-Catalog. Den nehmen wir quasi zum Geodaten verwalten, den nehmen wir zum Daten öffnen und so weiter. Also das haben wir da als Browser. Also es ist jetzt nicht so viel anders. Ich habe da ein bisschen mehr komische Menüleisten, die ignoriert ihr. Das ist von Plugins, die ich halt mal verwendet habe. Bei euch schaut es ein bisschen sauberer aus wahrscheinlich. Gut, was gleich mal wichtig ist, es gibt hier so ein Favorites-Ding. Das finde ich sehr praktisch. Das ist wie beim Arc-Catalog, wenn man sagt Add Folder Connection. Dann kann man hier auch ein Verzeichnis verknüpfen. Ich mache da rechtsklick und sage Add a Directory und nehme mir einfach mal meine GIS-Aufgaben. Und ihr seht, dann habe ich da einen Shortcut hin. Also ich habe da meine anderen Laufwerke auch, also ihr könnt da immer manuell auch hin navigieren, wenn ich mag. Shortcuts sind natürlich praktisch. Und als Beispiel mache ich jetzt einfach mal die Aufgabe 3 auf. Und man merkt sofort, der versteht auch Geodaten. Also ich habe hier ein Shape-File, der zeigt mir, dass das ein Vektor-Ding ist. Wenn ich jetzt das Höhenmodell anschauen würde, das ist ein TIF, zeigt er mir, dass das ein Raster-Ding ist. Also auch ähnlich wie im ArcGIS. Er versteht die Daten, die wir so verwenden an der Boku, eigentlich alle. Also TIF sowieso, das ist ein Standard-Raster-Format. SAP ist ja eigentlich ein ESRI-Format, aber mit dem kann Cookies auch normal arbeiten. Genau, also man kann auch auf Geodatenbanken zugreifen vom ArcGIS. Also es ist ziemlich flexibel zu verwenden. Und ich nehme jetzt einfach mal dieses Höhenmodell und ziehe es einfach mal rüber, schmeiße es einfach mal rein. Und man sieht, es sieht durchaus gewohnt aus wie ein GIS-Programm. Wir haben hier unsere Daten und links mein Layer mit der Einstellung, wie die Daten quasi dargestellt werden. Das ist ja jetzt nicht so viel anders. Was ein bisschen anders ist, ist hier unten diese Leiste. Da gibt es ein paar praktische Sachen, die es ArcGIS nicht hat. Vor allem hier dieses Ding, EPSG. Dieser Code ist ja quasi so ein internationaler Code für das Koordinatensystem, also das Raumbezugssystem, das ich verwende. Und das ist hier unten praktischerweise immer hingeschrieben, welchen Raumbezug mein Projekt da gerade hat. Ich klicke da einfach mal drauf. Dann kommen wir in die Eigenschaften von meinem Projekt. Übrigens, es gibt natürlich wieder mehrere Wege, das alles zu machen. Ich zeige dir das einfach mal beispielhaft was vor. Ihr seht, die Eigenschaftsfenster schauen anders aus als im ArcGIS. Wir haben hier nicht oben diese Reiter, sondern links das eingeteilt. Jetzt bin ich da eben bei meinen Koordinatensystemen. Es sieht alles ein bisschen anders und auf den ersten Blick komplizierter aus, weil man auch mehr sieht, als uns das ArcGIS zeigt. Aber es ist alles trotzdem zu finden. Gut, ich stelle da jetzt gar nichts um, das passt schon so. Wenn wir jetzt in die Eigenschaften zum Beispiel von einem Layer schauen, das ist auch ähnlich ArcGIS. Also entweder ich mache Rechtsklick und Properties oder ich mache einfach Doppelklick. Dann kommt eben das Eigenschaftsfenster von meinem Layer. Wie gesagt, schaut anders aus, aber ist alles da. Wir haben hier normale Infos. Wichtig für uns ist natürlich immer die Sympologie, die Darstellung. Und da spielt es euch einfach ein bisschen, wenn du das ausprobieren willst. Sympologie in Kugis ist interessant. Das schaut ein bisschen anders und auf den ersten Blick viel verwirrender aus als im ArcGIS. Aber in Wirklichkeit kann es viel mehr. Also vor allem, was so Layer übereinander und Farbdarstellungen angeht, ist das Kugis viel, viel besser als das ArcGIS. Muss man wirklich sagen. Also das ist was, da spielt es euch einfach mal. Also da kann man sogar Layer überblenden und sowas. Also da kommt das ArcGIS einfach nicht mit. Jetzt beispielhaft, jetzt haben wir gerade das Grau eingestellt. Also oben ändert man quasi wieder den Typ von der Darstellungsform. Wenn ich da eine Farbe rein will, stelle ich halt auf PseudoColor. Kann nur meine Farbe aussuchen. Also entweder ich nehme da irgendein vorgefertigtes. Ist eh wurscht. Ich stelle jetzt einfach irgendwas ein, beispielhaft. Und dann sagen wir halt Apply oder OK. Und dann ändert es mir die Farben. Eh klar, alles wie gehabt. Ähnlich, wenn ich ein Shapefile habe. Ich nehme jetzt da meine Landnutzung mal rein. Ihr seht, das ist eine gewohnte Darstellung. Ich gehe da in die Eigenschaften. Hier, weil das jetzt kein Raster ist, sondern ein Shapefile, gibt es natürlich wieder mehr Möglichkeiten. Aber ähnlich, hier oben stellt man ein, wie man es darstellen will. Man kann eben auch Kategorien machen oder halt, ja, Graduated. Das ist wirklich sehr ähnlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage Categorized, kann ich wie im Arcus ein Feld auswählen. Ich mache hier mal Class. Mal schauen, was da drin steht. Ja genau. Dann habe ich halt meine Landnutzung sozusagen. Ich lasse jetzt einfach mal, ich sage Apply, ihr seht es, ich mache die Farben entsprechend meiner Nutzung. Kann natürlich für jedes Symbol, wenn ich da Doppelklick, dann die Farbe ändern. Also entweder hier oder im Detail, wenn ich da dann eine Ebene, quasi Tiefe klicke, kann ich dann sagen, wie das gefüllt ist, ob das schraffiert ist, die Außenlinie, quasi wie dick die ist, ob das eine durchgehende Linie ist oder punktiert und so weiter. Also da muss man sich einfach spielen. Wie gesagt, schaut ein bisschen komplizierter aus, aber bietet auch viel mehr Möglichkeiten. Man kann hier auch zum Beispiel Labels machen. Das kennt man auch, also Beschriftungen, wenn man sagt Single Labels und dann Apply, das sollte jetzt, naja, sehr unübersichtlich, aber trotzdem steht dann die Beschriftung da drauf. Gibt es auch dann wieder sehr viele Möglichkeiten von der Platzierung und so weiter, vom Text und so. Also man muss sich einfach spielen. Ich stelle das jetzt wieder aus. Gut, also soviel dazu. Was kann man noch machen? Berechnungen. Also so grundsätzliche, normale Berechnungen sozusagen findet man hier oben. Da gibt es Vektor- und Rasterwerkzeuge und da muss man einfach schauen. Zum Beispiel Vektor-Berechnungen, die klassischen Buffer, Clip und so weiter, Dissolve. Da gibt es einiges. Raster, ähnlich. Man kann umwandeln, Projektierungen, alles mögliche. Also man findet hier alles mögliche. Und ein Ding, was ich gerade ausblendet habe, was aber für Berechnungswerkzeuge wichtig ist, da gibt es rechts auch so eine Toolbar. Das ist so ähnlich wie die Toolbox in ArcGIS. Wie in ArcGIS, wenn man irgendeine Symbolleiste nicht findet, macht man hier im Grauen einfach mal einen Rechtsklick und dann hat man alles, was zur Verfügung steht. Was mir gerade abgeht, ist die Processing Toolbox-Pandle. Ich aktiviere das jetzt. Und dann hat man hier sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann da entweder suchen, also mal schauen, was man so findet, oder man gibt eben irgendwas ein, weiß ich nicht, zum Beispiel Re-Klasse, Klasse. Ihr seht, wenn ich es re-klassifizieren will, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Dinge funktionieren oft ein bisschen anders als im ArcGIS. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, googelt einfach. Wie gesagt, einfach suchen im Internet, es gibt alles. Sonsten ist es ähnlich, man sucht hier das Werkzeug, was man will, man macht einen Doppelklick, es kommt ein neues Fenster, es gibt dann immer irgendeinen Input, in dem Fall muss das halt irgendein Raster sein und irgendeine Einstellmöglichkeiten. Und dann, wenn man es eingestellt hat, sagt man einfach Run und dann passiert es. Wichtig ist hier, man kann sagen, wo man es hinspeichern will, das schaut meistens so aus. Und standardmäßig, das ist eine nette Funktion vom Kugis, ich zeige das jetzt mal kurz vor mit irgendeinem Buffer. Also ich nehme jetzt einfach meinen Vektor-Datensatz rein, ich mache auch einen 10 Meter Buffer, ich stelle da jetzt gar nichts ein. Und ich habe ihm jetzt noch nicht gesagt, wo ich es hinspeichern will und er macht automatisch, sagt er, create temporary layer. Also ich könnte auch sagen, save to file, also ganz so ein normales Shapefile könnte ich ablegen, wenn ich mag. Aber wenn ich das nicht mache, dann macht er so einen temporären Layer und das ist ganz praktisch. Also ich sage jetzt mal Run. Er hat es jetzt gemacht. Das Fenster bleibt offen, aber er schreibt mir hin, er hat es gemacht. Und das heißt, ich schließe das Fenster. Jetzt habe ich da meinen Puffer-Pfeil und ihr seht es da, das ist dieser neue Layer, der da passiert ist. Und das wird auch da dargestellt, ist eben so ein temporärer Layer. Und das ist echt cool, wenn man irgendwas ausprobieren mag. Also wenn man mal testen mag, ob das so funktioniert, dann kann man da so temporäre Layer machen und muss nicht jedes Mal die Datei speichern und dann wieder löschen oder tausend verschiedene Visionen von Dateien machen. Also man kann einfach mal ausprobieren. Und wenn es quasi passt zum Beispiel, dann sagt man halt einfach Rechtsklick. Ihr seht das jetzt nicht. Ich schiebe das Fenster ein bisschen raus. Dann sagt man Rechtsklick und sagt Export und Save Feature As. Und dann kann ich es wieder ganz normal als Shapefile zum Beispiel speichern. Also das ist auch was Cooles, was das Kugis kann. Ja, ich schmeiß den jetzt wieder raus. Remove. Gut, falls was abgeht, zum Beispiel diese Toolbox, die ist glaube ich mittlerweile immer vorinstalliert, aber wenn die jetzt zum Beispiel auch hier nicht zur Verfügung steht, dann kann es sein, dass das ein Plugin ist. Und Plugins sind etwas, das das Kugis mächtig machen, weil quasi im Grunde kann jeder Plugins programmieren und es gibt so gewisse populäre Standard-Plugins, die echt viele wichtige Funktionen mit sich bringen. Und das heißt, man kann dieses Ding aufmotzen sozusagen und erweitern. Und da gibt es hier oben unter Plugins den Manager sozusagen. Wenn man da draufklickt, sollte ein Fenster kommen. Das schaut so aus normalerweise. Und ihr seht, da gibt es schon von Haus aus eine Riesenmenge von Plugins, die dem Programm noch neue Funktionen geben. Das Ganze wird normal in Python gemacht, glaube ich. Alles, also wer Python programmieren kann, ist sowieso ein Freund von Kugis. Kugis aber auch, aber Kugis noch mehr. Gut, und in dem Fall von dieser Processing-Toolbox, bei mir ist sie schon installiert, also man kann schauen, was man installiert hat. Das ist dieses Ding, Processing. Das heißt, wenn einem etwas fehlt und man weiß, wonach man sucht, dann kann man hier zum Beispiel eingeben, Processing. Man muss dann ein bisschen suchen, aber man findet es dann meistens. Also jetzt findet man es eben da wieder. Genau, also das ist auch etwas sehr, sehr mächtiges von Kugis, dass man es voll erweitern kann. Also was ich da zum Beispiel drin habe, das war ein Kurs an der Boku, da haben wir halt Satellitenbild-Auswertungen gemacht und das ist ein Tool, das hilft einem dabei immens. Gut, zum Abschluss noch eines, wie mache ich ein Layout in Kugis? Das geht ein bisschen anders, also wir haben jetzt keine Layout-View hier unten. Es ist eher so, dass man pro Kugis-Datei, ich sage jetzt übrigens mal speichern, einfach nur zum Herzeigen, wenn ich speichere, ich speichere es einfach mal irgendwo hin, da meine Kugis-Aufgaben. Dann macht es, ich nenne es Test, auf Datei mit QGZ, das ist quasi wie das MXD-Format vom ArcGIS, also meine Karte speichert in sowas. Gut, also zu den Layouts, wenn ich ein Layout machen will, kann ich mehrere Layouts in einer Kugis-Datei haben und das geht unter Projekt und ihr seht sofort, hier gibt es Layouts-Sachen. Wenn ich mir auch Layouts schon habe, findet man die hier. Ich habe noch keins, deswegen sage ich New Print Layout. Ich nenne das einfach mal Test, also Namen sollte man schon vergeben oder man sagt zum Beispiel A4, weil ich weiß, das ist mein A4-Layout. Ich sage OK. Ups, das ist ein bisschen riesig jetzt. Moment. So. Und das Layout ist leider auch wieder ungewohnt für ArcGIS-Nutzer, aber gleichzeitig auch ein bisschen besser teilweise. Wir haben hier wieder so Zoom-Tools, ich mache hier quasi wieder Vollbild. Das heißt, hier habe ich eine leere Seite, wo noch nichts ist. Erster Schritt wäre, auf dem wir gleich die Seitengröße einstellen. Ich mache wieder einfach Rechtsklick, Page Properties und die Eigenschaften, die findet man hier immer rechts. Also das Layout macht keine Fenster auf meistens, sondern man stellt alles hier rechts ein. Und hier, ja A4, Portrait ist wieder Hochformat. OK, passt. Zoom-Tool. Und wie kriege ich jetzt meine Karte da rein, also meine Ansicht, die ist jetzt nicht standardmäßig da, sondern da klicke ich auf diesen Button hier. Add a new map to the layout. Ich klicke einmal drauf, ziehe ein Kastl, bam, habe meine Karte. Und das entspricht jetzt quasi dem, was ich in meiner anderen Ansicht hier habe. Und wenn ich da draufklicke, gibt es eben hier eine Menge zum Einstellen. Also ich kann das dann ändern auf einem fixen Maßstab. Vor allem dann mit den Layers wird es interessant, wenn ich jetzt was ändere, hier in meinen Daten quasi, dann übernimmt er das hier irgendwann. Ich kann aber auch sagen, ich stelle es einmal so ein, wie ich es gerne hätte. Und dann klicke ich auf Log Layers und dann kann ich quasi, wenn ich das mit dem Layout fertig bin, hier weiterarbeiten und ein neues Layout machen, alles wieder umstellen. Aber wenn ich dann dieses alte Layout wieder öffne, bleiben die Einstellungen so, wie ich es damals gemacht habe. Also man kann da ein bisschen flexibler arbeiten sozusagen. Und ihr seht, wenn ich hier runter scroll rechts, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die jetzt alle ein bisschen leer sind, aber man kann im Grunde hier auch sehr viel wieder einstellen und da muss man sich einfach spielen. Also ja, meine Karte bekomme ich so rein. Wenn ich zum Beispiel eine Maßstableiste habe, findet man die hier. Einfach draufklicken und auch wieder aufziehen. Wieder, wenn man es angeklickt ist, hier rechts, findet man alle Einstellmöglichkeiten. Also wie das unterteilt ist, dann hier unter Display, wie es ausschaut, unter Fonts und so, klarerweise, welche Schrift es verwendet. Also man muss sich da einfach durchklicken, aber man kann, wie jetzt schon oft erwähnt, sehr, sehr viel einstellen. Ein bisschen mehr als im Akis. Ich glaube, es hat automatisch so ein bisschen leichtes Snapping, was auch das Arbeiten angenehm macht. und ja, was gibt es noch? Man kann auch ein Nordpfeil reinschmeißen. Dann gibt es hier auch, wo ist das? also da muss man schauen, da gibt es dann auch wieder eine Menge von Möglichkeiten, von Symbolen. Man kann eigene Symbole rein importieren und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, ein bisschen Spielerei, Textfelder kann man machen und so weiter. Genau, und wenn man das Layout dann exportieren will, klickt man einfach auf Layout und sagt, export das Image, wenn man mag, oder das PDF oder das SVG und das ist dann eh wie gewohnt. Also, ich speichere das Layout jetzt mal und schließe es. Das heißt, wenn ich jetzt mein Akis-Projekt habe und meine Layouts sehen will, gehe ich wieder auf Projekt und dann hier unter Layouts habe ich jetzt zur Verfügung. Wie gesagt, ich kann dann natürlich neue machen. Es gibt den Layout-Manager, wenn ich sie löschen will zum Beispiel oder so oder duplizieren und ja, ich glaube, das waren jetzt eigentlich die groben Basics von Kugis. Wie gesagt, am besten ist einfach ausprobieren. Wer es wirklich lernen will, kann ja irgendein, wenn er irgendein Projekt hat an Uni zum Beispiel oder so, einfach mal versuchen, das in Kugis zu machen und wenn man auf ein Problem stößt, schaut man einfach im Internet, ob man das Problem irgendwie lösen kann mit Hilfe vom Internet. Gut, somit war es das zum Thema Kugis.